Wer denkt, ich wurde zur Produktion meiner Show immer in der Stretchlimo abgeholt, der täuscht sich. Ich bin sogar öfters mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Generell muss das Auto noch erfunden werden, das mich richtig antörnt. Obwohl, stimmt gar nicht so ganz. Da gibt's ein Auto, was ganz Neues, das würde ich mir sofort kaufen. Hier, buch's dir an. Jasso, ich bin Kostas, ehemaliger griechischer Fußball-Nationalspieler und ich bin stolz, Ihnen heute präsentieren zu dürfen, die neue griechische Auto, OUSO. Wird hier verkauft in Deutschland auf heute mit elektronischen Türöffnern. Guck's, hey. Malakka, malakka, mal. Äh, ist kein Problem, die Tür ist nämlich schon auf, vollautomatisch. Malakka, malakka. Äh, ja, der neue OUSO, jetzt sehr mäßig auch mit Ersatzschlüssel. Äh, der neue OUSO, jetzt auch mit, äh, Klimaanlage, sehr mäßig und auch sehr mäßig verstellbare Spiegel. Guck's, hey. Malakka, 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 malakka. Hat auch sehr, äh, leistungsfähiger Motor. Ich, äh, zeig euch mal. Malakka, 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 malakka. Malakka, 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 malakka. Der neue OUSO Malakka aus Freude am Fügel. Tut er nicht wirklich. Der Geil ist das Gelüfte, meine Damen und Herren.